...schon ziemlich ruhig, bleibt auch ruhig, rastet sowieso nicht komplett aus. Das sah natürlich ein bisschen anders aus nach dem 1 zu 0 für Benin. Die Gelb-Grün. Kurz ausgeführt. Da kam Jaegun Tussin. Und es steht 1 zu 0. Durch den Mann mit der 13, Mohamed Tijani. Der Mann mit der 13, Mohamed Tijani. Der Mann mit der 13, Mohamed Tijani. Der Mann mit der 14, Mohamed Tijani. Der Mann mit der 14, Mohamed Tijani. Untertitelung des ZDF, 2020